Midi-Waffen fand ich nicht so geil, aber so an sich das Game war richtig geil. Ich hab die Midi-Waffen mega geil, ich hab die die ganze Zeit benutzt, der Arsch. Ja, ich finde halt, das Problem, was ich bei den Midi-Waffen fand, ist halt, das ist so ne Waffe, wo quasi du drückst und läufst dann in Range. Und derjenige, der quasi ne halbe Sekunde früher gedrückt hat, wird immer den Hit durchbekommen, so. Das ist halt, ist ne Mechanik, aber ich mag die nicht, so. Also, das Ding war, wenn du, wenn der, der früher ausgehört hat und du hast trotzdem noch geschlagen, dann hast du die so last second geblockt und beide sind weggeflogen. Ja, ja, aber wenn du später halt gedrückt hast, dann, du drückst quasi eine halbe Sekunde später, merkst du, dass du zu spät gedrückt hast, weißt du, dieses Delay, bin mag ich nicht. Also jetzt wollen wir anstatt, äh, ah ne, wir spielen jetzt Talia, äh, Kaiza, richtig? Die Jungle? If you want, dann ist Counterpick in die Kaiza verboten, dann kommt die Kaiza-Jungle. Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem mal Count Kaiza überhaupt einmal gespielt habe. Du kannst ja auch eh die Carry, wir können ja auch flexen, wenn du die kannst, ja. Die ist halt jedes Game, ja, die, also wie du schon meintest, die ist halt Mechanik jetzt nicht so nah wie schwer zu spielen, so. Ja, ja, aber du musst halt genau, du musst halt wissen wann, so. Aber, also ich würde sie jetzt, keine Ahnung, ja, Pixi einfach, wenn du möchtest. Also wenn du sie spielen kannst, dann Pixi, wir können ja gucken, ob ich sie zur Nutzung spiele. Dann immer noch Cigurani-Bahn? Ja. Würde ich sagen, ja. Ich bin mir zwei Ranks verloren mit ihr, aber das war, glaube ich, die Zeit, wo sie noch richtig, richtig beschissen war. Seitdem ist sie ja immer gebannt. Wir haben so elf Games bei dem Gegner Kaiza gesehen und die dachten so, ach, der spielt hier nicht häufig, aber elf Mal Kaiza spielen, also das heißt, du musst mindestens 300 Games gemacht haben. Ja, also krass, ey, das hier KXNG hatte ja most played champion Kaiza. Ja, ja, aber der hat ja wirklich am ersten Tag direkt gesuchtet, so. Na, 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 na. Damit haben sie jetzt nicht gerechnet, oder was? Wieso? Scheiße, was machen wir jetzt? Dummköpfe. War ein Scherz. Hm. Wollen wir den Kaiza-Flex-Pick noch offen halten? Ja, würde ich sagen. Support und Mitte oder so picken. Deswegen hoffe ich erstmal ein paar Jungler einfach zu trollen. Ich denke, so früh ist halt hart, ne? Ja? Was wollt ihr? Was, wenn du wieder Gaio gehst? Trash, Jenner, sag was. Trash. Ja, voll geil, ja. Ja, voll geil, ja. Komm, geh mal, geh mal Thrash, Galio. Galio, was? Ja, Galio! Galio! Wir haben ja eh beides. Du kannst ja den Galio selber picken. Ja, ist gut. Ja, gut. Wir können auch Kamil picken, wenn ihr wollt. Ja, aber das wäre mit Galio besser gewesen, so. Die werden ja für Morgana gehen, ne? Können wir doch trotzdem noch picken. Ja, die werden wahrscheinlich Morgana gehen. Die werden das bannen. Die werden Kett. Ja, was wollen wir denn? Was haben wir denn höhere Prio? Kamil oder Galio? Schon Kamil eigentlich, oder? Also, weil, die können halt... Heißer ist Kamil halt geil, weil der halt auf meinen CC, auf meinen E einfach Follow-Up kann. Galio, Kamil wäre halt jetzt broken gewesen. Ja, ja, stimmt schon. Naja, aber okay, ich bin ja eh nie da. Ja, stimmt schon. Vielleicht bannen die Galio ja auch nicht. Ich glaube, die bannen eher Kamil als Galio. Ja, ja. Aber ja, ja, gut. Muss mal, keine Ahnung, was jetzt waren. Die müssen halt jetzt nicht mehr Top-Lainer bannen. Aber so wird halt jetzt Midlane picken und dann... Meine Predigt für Soda dieses Game 2-12-5. Ich kann für Jinx vielleicht gehen. Ich muss sagen, ich seh mich hier ja schon ziemlich hart auf ne Karma. Karma! Karma! Karma und dann Hypercare wäre sweet. Äh, bann mal Cassio, bitte. Cassio und Asir noch. Cassio? Asir spielt der, oder wat? Jo. Lalalala. In letzter Zeit irgendwie nicht so viel. Vielleicht müssen wir ihn doch nicht bannen. Seinen Sünder fand ich halt terrible. Jo. Wir sind dieser Blue-Side, ne? Jo. Jo. Aber wenn wir für Karma gehen wollen, würde ich jetzt... Oh, okay. Das ist ja nett. Können wir Gangplink bannen? Jo, klar. Das Einzige, was mir noch nerven würde gerade in dem Match ab. Ich hab Karma jetzt nicht so viel gespielt in letzter Zeit, aber das ist echt kein schwerer Champion. Boah, nicht ich nich. S auch ... quasi noch, push, 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 rw. Jo. RQ, rw. Alter jetzt kommt er heute in die richtige White Games. Kamil Jungle, Keyser, aye.... Kamil Jungle, aye. So, also ich kann er anbieten jetzt, ähm... Wait, weißt du schon, was du spielst Johnny? Ja, ich würd für Karma gehen, wenn du für ne Haar von Karma gehst. Karma finde ich richtig sweet, ja. Also ich überlege jetzt entweder Jinx, wer halt nur gegen Zac ein bisschen, ne? Aber z.B. wir haben Karma. Ich glaube Jinx ist hier ganz gut. Soll ich die erstmal Karma picken, oder? Ist eigentlich egal, ne? Ja, ist das egal. Also kannst du's machen. Ja, ich pick Jinx. Und Karma? Jo. Aieieiei, Jungs. Bisschen nervös bin ich. So High Mechanically Champs spiel ich sonst nicht. Ah, die lag gerade übel Damage. Die oder wir? Die. Und wir haben guten Peelback. Muss halt gut kiten. Kite! Weil wir müssen die richtig schön wegflanken. Schöne Karma toplayen jetzt. Ich spiel Karma Sub, du kannst Trash mit dir spielen Jonny. Alter Karma top würd ich mich sogar jetzt sehen ey. Ah, Camille ist nicht so schwer, den kannte ich ganz hier first time. Oh fuck, ja. Stop, 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 stop. Ahhhh. Ja, potziert eigentlich fein sein. Wir haben auf jeden Fall Push Pressure denk ich hier. Vielleicht glaub ich Clean Skin ist aber... ...Bash canceln können. Sollte passen. Denke wir outscanen die ziemlich brutal diesmal, oder? Wir haben halt keine richtige... Ah, schwierig, ja, keine Fronten. Aber Poppy würdest du... Poppy ist ganz gut gegen Kamille später auch noch, ne, oder? Ja, geht. Ne, ich mach so viel... Ne, stimmt, ich erinnere mich an den LCS Matchup, wo die auch richtig kassiert hat. Ja, ja, später ist kein Team mehr gut, weil er hat einfach 1000 True Damage. Ja, stimmt. Bring nicht, wenn sie den Sprung abbricht, wenn du dann an Zweiten hast. Ja, ja, der fucking 15 Sekunden Cooldor auf dem W später und ich hab halt 4 Sekunden oder 50 Sekunden auf dem W. Mhm. Ja, geil. Early game spiel ich auch mittlerweile mit Hydra dagegen first, das ist ziemlich nice. Okay, nice. Also, Gameplan? Auf jeden Fall Early ein bisschen Top-Randale machen, versuchen. Mal schauen. Okay. Aber ich hab TP-Advantage, Midlane, ich kann halt einfach safe fahren. Ich denk mal, mit der... Also, wenn ich die wär, würde ich halt Midlane sitten. Oder Top-Lane. Ja, Midlane ist auch relativ... Eigentlich jeder Lane ist gute Kill-Möglichkeit für jeder Lane an sich. Ich weiß ja nicht, ich kann Kaiser euch überhaupt nicht einschätzen, ich weiß nicht, ob wir das 2 & 2 gewinnen oder nicht, oder? Da brauchen wir Engaged oder worauf, oder? Der Counter-Gage. Da fällt nur nicht nebeneinander stehen, wenn ihr die 6 seht, wenn ihr Engaged. Damit säg euch nicht bei der 8. Ja, ich muss halt mit der Range dabei, die Seite Double Range gegen... Jetzt wieder Pausen, dann hau ich die Fresse bei mir. Oh, lol. Komm an's dir, ne? Lul, herzlich willkommen mit dir los, Alter. Nee, reicht mir jetzt. Timm, Johnny, Timm. Timm, Johnny, äh, Kutcher. T-John, Kutcher. Kutcher, Kutcher. Wild Towers. Erstmal die Spades durchlesen. Erstmal Spades durchlesen. Erstmal Spades durchlesen. Ey, wie spielt man Kaiser? Alter, ich bin extra auf den Smurf, damit wir alle den Namen haben, den du wolltest. Ich mach das nur für dich hier. Johnny, Tim, Nivek, Reckless, Fortnite. Jawohl. Man kennt die Namen als Line-Up. Darf man diesmal mal pushen? Komplizierte Spells, oder, Johnny? Alter, das sieht lecker. Weißt du? Der hast du auch schon Level 1, ne? Ui, ui, ui. Hm. Macht die eher kein Damage? Nein. Ich mach nur Witze. Alles gut. Scheiß pushen, Alter. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich hab das schon gar keine Sorgen. Neuen Champs, ey. Letzten Kingdom aus Spandau musste ich Reda Champion Spotlight gucken. Müssen wir darüber die nicht so vorgegangen reden. Karma Spotlight gucken. Ja, das ist richtig scheiße. Freak hat so ne nervige Stimme, wenn man ihn surft hört, ne? Ja, 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 ja. Ich mein, ich hab den Jungen ja gern, ne? Dons of Damage hat ja jeder gern, aber. So ist das, Kutcher. Dons of Damage. Gibt hier zwei jetzt. Aber das Game kann ich, äh, kann ich theoretisch versuchen zu ganken. Ich glaub, den Tahm Kench können wir killen. Oh, welche Überraschung. Sie müssen nicht leaschen. Hm. Kutschi, das ist doch nur ein kleiner Setback. Wir machen das doch komplett easy. Ein kleiner Setback, genau. Autothek-Animation ist aber nicht so juicy. Autothek-Animation ist aber nicht so juicy. Autothek-Animation ist richtig sweet. Alles, was unter 56 Damage hat. Ha, das ist ja ja. Aber die Animation ist geil zum Lasted-Animation. Äh, die Animation ist juicy. 54, ey. Geil, Level 2 abgegeben. Oder. Nix gäbe ich mich nen Jugger, wo ich mit Dink, ich bin Kane oder so. Das schade ich einfach ab Toren. Da muss keiner pullen. Wie wär's, Freunde? So, haben wir eine halbe Sekunde früher, Level 2 gewonnen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Cool, wenn wir einen Push hätten und werden die jetzt so weit gesohnt. Na, hat er recht. Hä, Alter, was ist denn los bei dir? Level 3 Bottom, ne? Ne, das könnte sein. Ja, wird schön. Freue ich euch doch. Ne, das ist einfach nur dumm. So, wir werden jedes Game reingepusht. Ja, hör auf umzuhören und sag's vorher, Alter. Hab ich drei Mal. Ja, dann musst du wohl mal lauter reden. Nö. Okay, Leute, chill. Dann, dann, dann besser meckern. Muss doch einen Grund geben, auf das ich meinen Int playen kann. Entscheiden wir botchen, dann weißt du, wenn der nicht botcht hat, dann wir Inten trotzdem. Soll ich dann sagen. Ist ja auch noch nie passiert. Ne, offiziell nicht. Besonder macht dir komische Sachen, die, die Freeze Delay. Könnte mitte sein. Ja, wir können da wieder hochjagern, ich stehe. Ah, der Typ hat nicht verloren. Ja, das letzte Mal hatte er halt diese, äh, hat er halt Power Fun quasi mit sehr klar, ne? Ja, da müssen wir es. Alles klar. Oh, ich find's mir das hier schon ordentlich. 40%, wer kommt denn auf die Idee? Lass mich ein Hit geben. Seg war hier irgendwo. Ja. Ist das wieder ein Mist. Jo. Können wir den da holen? Verklappt Midlane. Mein Midlane ist low. Geht's ab, den Champ. Oh, der gank dich, Alter. Oh, der gank dich, Alter. Oh, nicht gedacht. Das ist fein, ne? Der hat sogar ein Movement Speed. Von knackigen 40%. Ich warte, dass er ich danach noch ganken will, Alter. Ja auch nicht. Das ist sinnlos. Ah, ich hab ja letztendlich nix verloren. Dinglos. Ich glaub, ich würd hier auf jeden Fall für Boot-Spec gehen auf 1-1. Also ich hab grad 800 Gold. Dagegen Seg ist das ziemlich geil. Die Pushen auch nice. Seg war Top-Side, ne? Ich glaub, der war wenn wir turnen. Ja. Nächste Wave hat ich Boots. Sag ich, wir haben jetzt Top-Einemersen resettet? Was ich mal hard pushen möchte. Soll ich hier vielleicht bald vorne? Ja, wir gehen jetzt back nach der Welt. Ah, so. Ist ja richtig entspannt hier. Ja? Wir werden wahrscheinlich die nächste Wave auch noch hard pushen wollen. Aber der hat keinen Mahl in die Kälte. Der Mahl dafür eigentlich hier. Lass mal bleiben. Lass mal gucken, ob wir die... Äh, Zektraptoren sind wahrscheinlich wieder ab jetzt. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Was ist denn ein Tarm auf den Tarm? Tarm-Flash was? Weg weiter. Oh, nicht weiter. Oh, boah. What? Chilling Smite! Frecher, Alter. Ich komm da weg, deck mir. Nice. In den Rücken. Ah, das ist für mich. Oh, wow. Nicht so, wer das kennen. Die hat auch keinen Mahl. Ich hab TP. Kann mit kleinen TP'n. Oh, die sind auch Facebook. Die hat BF und vielleicht einen Portion. Ach so, machst du das. Dann top. Ja, warte. Oh, nur drei Minieren. Oh, lol. Stand? Ah, komm wieder ran. Oh, das war gut. Hat sie geflasht nicht, ne? Ne, ne. So, das war trotzdem. Ah, das ist die noch drin. Ah, das ist die noch drin. Also, doch. Ich hab viel Schaden gemacht, aber reicht nicht, um sie zu killen. Naja, das... Oh, der ist jetzt Ultimaid raus. Vielleicht... Da meinte ich's halt nicht. Deck mit Bot-Side... Ne, Top-Side Red Buff ist gleich ab. Oh Gott, kein Watt. Wobei... Bot-Side Jungle müsste eigentlich ab sein normalerweise. So, das ist wieder in der Mitte. Deck ist mit... Karma. Ja, wir können killen. Okay, Achtung, die hat noch rollt. Hoppik gerade miss. Ist geghosted. Oh. Fine. Zack low, Karma kann ghost. Würde ich jetzt BF zeichnen. Zack mit zu Red Buff-Moven, der ist ab. Abot passt wieder relativ wenig. Wir sind zum Glück auch noch nicht von Zack mit ihm gefahren. Nee, das ist ja nicht so groß. Fuckin hell. So close. Hat die Sams? Hm, jaja, die hat noch Flash. So, ich könnte fighten. Wenn die zweite Instanz von einem W durchgeht, ist halt fein oder so. Oh, schönes Ding. Heiß. Schönes Ding. TP. Rennen, mein Junge, rennen. Wir werden flashen, ja. Hoppik flash, Zack passive raus. Ach, schade, wenn ich da noch TP gehabt hätte. Trotzdem schönes Ding. Hast du denn die Zack-Ult reingeultet? Ist das dann Stop-Ult oder... Ich dachte, ich könnte das damit dodge und ich hab's versucht. Haha. Hast du das nicht an Stop-Ult? Äh, was ist nicht an Stop-Ult? Äh, was ist nicht an Stop-Ult? Aber kannst du nicht so ein bisschen weiter bei rechts oder so? Da gerade eben bei der Zack-Ult noch Moven? Ja, ne, da rechts. Ne, 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 da rechts-Ult ist ja so ein Radius. Dass du rechts-Ult ist ja nicht automatisch, sondern du suchst ja aus. Ja, du bist trotzdem irgendwie in seiner Nähe. Also das ist nicht außerhalb der Zack-Ult. Ich hab's versucht, aber ging nicht. Äh, Zack-Blue ist ab. Der ist aber Bot-Sack gelaufen, der Zack. Gelaufen, Alter. Wir gehen für den Dive hier unten. Ich, 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 ich. Z, keine passive, keine passive. Nice. Auf... Auf Tam. Oder so. Nice. Auf Tam, Tam, Tam. Nice. Shit, der ist geflasht. Och Mann. Ich hab jetzt BF. Ich will die nächste auch noch hardpushen. Nice, nice. Äh, Heal raus. A-Clan. Ja, ich finde das ist ein gutes Spiel. Das ist geil. Ich ranne, ich ranne, ich ranne. Ich würde keine Boots haben, wenn sie weggeht. Wenn es zwei Boots. Sondra moved einfach nie. So boring. Nice. Nice run. Juicy. Schönes Ding. Äh, Tam ist... Ne, der ist immer noch nicht 6. Aber der wird jetzt bald 6 werden. Kannst du mir gleich eine Nutzung geben? Jo. Äh, Sondra miss? Ne. Wie call die Kate? Ey, Kate nur reset. Tam ist jetzt 6. Der kann jetzt mit Uld irgendwo hin. Passt auf. So, du hast den Blue bekommen. Schaden für Mitte, Johnny? Äh, Zack braucht den Zack vorne aufpassen. Die hat noch... Äh, die hat grad nichts. Ghost ist dann irgendwie 10 oder so. Aber Zack hat grad den Blue. Genau, weil Tim nicht geflasht. Oh, die hat nicht geflasht. Okay, dann. Ne, die ist nicht geflasht. Die ist nicht geflasht. Okay, dann lass mal nicht machen. Ich bin grad eh nicht so strong. Ich hab jetzt kein Flash. Kann gut sein, dass die gleich wieder ein Bot, noch ein Bot Clay machen wollen. Äh, ja ich jungle mich jetzt eh Bot. Also ich geh jetzt nach dem Base eh Bot set up. Der Jungle ist clear. Oh, Zack hier bei mir. Aber ich bin frei. Thomas Bot. Cool. Was? Äh, lag 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 lag. Brauch dich, brauch dich, brauch dich. Hallo, hallo, hallo. Oh, du hast Timing, alter Scheiße. Ja, ich geh wieder. Also da ist halt ein Sack über mir in der Luft. Das sag ich mal so. Dass ich das nicht grade seh, ey. Hast du Flash up? Ich hab Flash up. Aber das ist halt jetzt unangenehm. Sollte, ich versuch dir irgendwie... Da steht halt noch Stunt, ne? Die müssten alles auf Corona haben. Da steht Stunt schon? Bei mir steht Stunt noch vom Syndra eh. Die werden mit der Tarmold wahrscheinlich chasen. Ach so, ey gut. Das könnte noch sein. Die haben Tarmweh raus. Flash the Flash. Ich bin halt super low. Kein Fisch. Das ist halt unangenehm sag ich mal. Wir warten ready. Alter, Jungs, ne? Bitte nicht zwei. Wenn die nach links kailten, werden die uns einfach auf den Weg abschneiden. Ich glaub ich bin los. Oh mein Gott. Es hat sogar geleckt. Also kurz. Spannung. Aber da kommt jetzt... Jack-Movell auch runter, ne? Können wir die noch irgendwie fighten? Traum mal. Mann, Alter. Das ist so dumm. Ne, im Sitz. Das ist halt mega unlucky, ja. Das ist halt... Das ist halt mega unlucky. Oh mein, noch ein Kill. Naja, passiert. Das Timing war nicht so geil. Ich komm mal top. Es ist immer so. Wenn irgendwas schief geht im Spiel, ist es immer zum schlimmsten Zeitpunkt so. Wenn die anderen 11 Minuten... Ich fahr halt mal zum Moonwalken so, die ganze Lüge hoch, obwohl ich nichts gemacht habe. Denk mir so her. Weil es geht genau die Sekunde, wo ich mir dachte, ja, zwei, drei. Das kriegst du mal durch, hast du ja ne Lantern. Wolltest du kommen? Ach, geht's jetzt. Da ist irgendwas, glaub ich, nach oben gemucht. Der war meint, die Berichter. Heiß. Heiß eh. Kannst du mir ne Lantern geben? Ja, die haben Drake gemacht. Ah, zum Glück nur ein Ocean. Fine. Oh, ja. Ja, das Ninja ist die Katlin. Geil. Ja, Time Clench wenn ich's noch gekriegt, sowas wenigstens noch. Nicht ganz so scheiße. Hm, Sonntaus ist relativ strong. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben gar keine Sunscutbot, die werden 100 pro nochmal für den Gang hier unten gehen. Ich glaub, wir können aber auch nicht Counter ganken. Ja, okay. Ich war vorsichtig, Spieke mit Tarmuld, komm mit Zaguld. Ja, wollen wir da spuppen, man? Was willst du denn stoppen? Ne, wir können auch am Turm einfach chillen. Ja, das ist das traurige an der Topplan, ich kann nicht swapen. Wir können halt nur nicht aggro spielen. Ne, was soll ich da machen? Ja, was will er machen? Zwei Leute. Einfach beide killen. Verzeugung's. Komm, Pitch. Das ist ja jetzt kein Mitländer, Johnny. Oh, okay. Leider nicht. Ja, ist fein. Wir können die Lenny easy halten, wir können halt nur grad nicht aggro spielen. Ich könnte heute dahinter mal tippen. Können's probieren. Ich bin auch in Position grade. Ich bin auch in Position grade. Ich bin auch in Position grade. Suntra miss? Ja, die werden jetzt den Turt pushern wollen. Die wollen da baddiven, die wollen baddiven. Hast du die Sekunden? Ich hab halt TP, aber... Deck ist auch da. Deck ist auch hier unten. Ich glaub, wir müssen abgeben. Oder? Ja, ich hab kein TP nicht. Ja, ich werde so lange nicht kann, werde ich nur wavecreen. Suntra da. Das ist der Lantern, oder? Suntra da, Suntra da. Suntra willkommen, Suntra willkommen. Ich komm in Mitte. Push mal weiter, push weiter hart. Jo. Suntra ist jüngst auf, Sunder kann da immer auch irgendwo sein, ne? Oder? Ah ne, die ist Mitte wieder gemucht. Die ist schon da. Die war ein bisschen fix. Ich hab noch mal recoil, ich hab kein Leben. Die recoil unten, push mal bot hart. Ja. Das hat mich ja abweg am. Ja. Das hat sie worden, wenn wir sind da euch erwischt. Oh, ich bin hier, ich bin hier. Komm. Okay, nice, hier 6er kommt. Die Thamult, ne? 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 Das passt auf Thamult aus. Der hat von Ignite-Zeklänz jetzt gewählt. Ja, die können, ne? Ne, so weit die auch kommen, wenn wir noch nicht. Ja, klar. Komm hier. Aner Key. Oh, Junge, mein Buch ins Speed. Geil, wa? Gehst du adet, Johnny? Jo. Kann sein, dass die Swappen, ne? Haben keinen Breaker, macht sogar Sinn für die. Das können wir aber easy beantworten. Kannst du kurz drauf kommen, hierhin? Ah, ne? Fuckin' 1v2, weiß ich nicht. 2v2, 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 weiß ich nicht. Ah, weiß ich nicht. Wir kommen top, wir kommen top. Wir kommen top. Wer ich dich halt gut erwische? Ja, Kutcher ist ja auch gleich da. Ist ja kein 2v2. Du kannst auch mein E-Ultin. Wie? Oh my god, really? Achso. Ich wär da gewesen auf jeden Fall. Nein, 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 der fucking... Der ist reingepinkt worden. Wollen wir? Ja. Okay, wir sind zu viel. Oh, 666. Oh, 666. Trenn bitte. R.W., R.W.? R.W., R.W. Ja, ich versuche. 4v, ich komme auf. Okay, das ist gebrochen. Wollen wir bei Harold? Da war ich glaube ich nach. Da geht der Gäste. Richtig belastende. E. Ich bauke ne, du hast den. Der Irrit, oder? Ich würde resetten. Ja, ich habe in... ...vier Wunderst. Der Weg. Wobei ich gehe auf Hunans, ich gehe auf Jeans, ich gehe auf Hunans, ich gehe auf Hunans. Top Clinic gerade Division 4. Ja aber 6 halt ab, die können wieder oben sein. Ja aber wir haben jetzt alle Thumbs, also ich glaube nicht, dass wir uns salven können. Ob ich es gerade miss? Wir sind ja mega chill. Nein. Ich habe schon mal hier in dem Game. Du hast ja Lantern ready, ne? Da kann ich einfach mal kurz hin, wenn ich der hinfusche. Warte ob du so schnell klicken kannst. So ein Dress hier irgendwo. Fuck up. Jedes Hunans im nächsten Deck. Jo, die können gerade alle hochkommen. Jaja, wird chill, ne. Ich hab TP ab jetzt. Hast du einen Ward irgendwie für einen Deep Ward oder so? Ja. Ja. Peak Ward. Ja, 6 ist top. Tham auch. Die wollen jetzt hier für einen Play gehen. Ja, aber ich kann Backup geben. Nur unterwegs. Catelyn hat halt einen Backup mehr gehabt letztlich. Ah, jetzt bist du eigentlich wieder Mitte. Oh fuck, ich bin wieder hinten. Auf geht's dann Lucky. Ja. Topdur hat noch 2 Dritte. Ja, ich krieg Quattet. Du gleich. Okay. Ja, wir werden ja weiter stehen. Zag war top, hab er gesagt. Ja, aber er ist jetzt vor einer halben Minute. Wahrscheinlich ist er noch da, aber keine Ahnung. Nice. Zag ist hier. Move top. Auf Zag, der hat keine Passive. Oh, what? Warte. 10 Sekunden Hook. Oh shit, der Million. Bin nur hier an der Seite. Ich glaub, Flash ist auch von Kate raus oder von Zack. Puh. Ah, ich gehe wieder Mitte. Ich glaub, die werden aber immer noch weiter drumherum shit. Ah, Zack ist zu low noch. Aber Symbra ist jetzt da. Ah, ich bin da. Einfach Wavescleanen das Ganze, würde ich sagen. Ach, halt doch deine Fresse. Ganz vergessen, die Schaden sind aber. Move, ja. Geh wieder rein. Oh, fuck. Die Syndra hat keine Holt mehr. Symbra hat keine Holt mehr. Echt? Deck. Tarmt. Ja. Die Flaschländer kommen so eigentlich ziemlich geil aus. Aber, hm. Hier ist ein Picott. Das wer klären kann. Tp. Ich hab mir, ich hab mir ja, ich hab mir ja, ich hab mir ja, ich hab mir ja, ich hab mir ja noch mehr lassen. Was ich ganz, ganz ehrlich nicht weiß, ob ich mich da eben bin. Nein, nein, nein. Wenn du nicht dumm an dem Tom stehst, wo du mich stand hast, dann nicht. Ne, das ist 200 Amor. Haha, Johan. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Nice, wenn wir den ganzen Charge durchbekommen. Passt auf, da oben. Papier jetzt miss, Papier jetzt miss. Also, dass die Mitte kommt. WP. Ja, die kennt ihn natürlich jetzt in Farmvorteil, weil ich ja die Super Station ist da. Joa, ich dachte, Galio ist ein langweiliger Champion. Bitte, 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 bitte. Ich komme. Galio eigentlich zu viel. Undra, wirst du noch, dürfte noch kein Ult haben. Oh, dir mega gefailt alles, alle. Holy shit. Das hört sich traurig aus, Alter. Toplin, ich brauche Hilfe da oben. Ah, der fällt gleich. Aha, du bist ja fucking Mittler, aber ich glaube, du bist Support. Alter, viel Sven. Oh, Leu. Oh, Leu. Ich habe viel zu viele keine Minutes, das Game gewissermaßen zu reden. Oh, Leu. Oh, Leu. Jungs, lebt doch mal zu spielen. Was soll ich denn? Flash Sack? Flash Popi, Flash Sack. Watt? Oh, ich renne. Renne, ich renne, ich renne, ich renne. Nice damage, Alter. Ich komme, ich komme, ich komme. Holy shit. Ja, ich komme, ich komme. Oh, die kommen jetzt aber auch mal. Tam-Catualty und so was. Ja, Tam kann, ich komme. Boah, ich war so close vom E wieder, ey. Wenn ich das überlebt hätte, hätte ich hier echt hart ausgelebt. Ja, wieder als gefielten Kevin, ne? Da sollten wir, glaube ich, wieder ein bisschen versuchen. Zeit und Kevin auf der Zeit, den Satteliersen zu lassen. Ja, also jetzt, die haben halt die zwei Flashs auf den Engage Champs raus. Ziemlich nice. Und die haben halt nichts bekommen. Übel fein zu uns. 700 Gold habe ich in Infinity Edge. Ah, sorry. Kann ich den Blue haben oder brauchst du den? Ähm. Also ich weiß halt legit nicht, ob du deinen Champ den braucht, ne? Seben. All right. Na wir topen, maybe? Ja. Wir kommen auch, wir kommen auch. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Sind drauf wird hier oben irgendwo sein. Aber hinter uns. Wollen wir gucken nach dem GP? Ne, die ist dead, der ist dead. Ich nehm die Wave hier an. Ich nehm die Wave hier an. Wenn ihr mir die Top Wave noch lasst, dann hab ich ihn Finite Edge. Okay, okay, okay. Da, fuck. Da muss ich denn ein Target ehen, wenn ich geholt, dann mach ich, wenn das eh AOE ist. Boah, sick in mir. Ja. Weil das auf dem Target, dass du eh erst durch hast. Kann da. Also da, da rumschuldig. Mal wer die Fallfahrt dann gelesen. Ja, wir müssen auch noch mal mitte deathen. Hast gehört, Johnny? Ja, hab ich gold. Ich hab's auch in dem Moment gelesen. Ich hab Infinity erst beim nächsten Wecker, aber ich deathfeuer Mitte. Nee, der hat. Bist du sicher? Der hätte ich doch goldet. Ja, der hat gerade goldet. Jo. Noch ein Profi-Kammer-Tipp. Der AOE geht vom geschilderten aus, also nicht von dir selber. Ich hab's übelst viele Menschen überguten. Nice, danke dir. Das ist gut zu wissen. Wollen wir den eben schnell machen? Jo. Pusche die Waffe aus, dann würde ich besetten wegen Infinity. Ich brauche noch 50 Gold, dann habe ich meine Tier fällig. Die E-Range macht immer so viel Schiss, Alter. Ich hab jetzt Flash. Wobei top.gold. Hier hab Infinity. Kannst du die Top Wave annehmen generell? Also ich fühl mich halt Midlane tausendmal sicherer als Zeitling. Naja, kann ich auf jeden Fall. Also mit dem Pings sowieso. Okay, also ich bin jetzt ziemlich gut dabei. Die stacken halt wieder ziemlich für Armor. Ist natürlich weiterhin wahrscheinlich besser damit verraten, erstmal Kevin auf der Seite sind. Wir wollen Mitte. Wir sind drei Mann. Ich hab ein 15 Flash. Zack wird auch around mit seinen Safe. Ich kann die halt nicht fahren. Ich kann das... Schön dafür. Wenn die so aufgestürzt sind, kann ich halt die Wave nicht pushen, weil die Syndra mich dann stunnen könnte. Also wenn ich da in die Wave kill bin, müssen wir entweder schauen, dass wir die irgendwie ein bisschen pressuren können zumindest. Ich komm hier gegen. Ich komm hier gegen. Ich komm hier gegen. Ich komm hier gegen. Mach mich die beat? Naja, ist verdammt. Ich bin nicht aufgepasst. Auch hier, 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 hier. Wo wir? Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Wir wollen für uns gehen. Raus, 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 raus. 6, 6, 6, 6, 6. Pass die P raus. Nice, nice, nice. Wird du schon? Die werden Nash gehen, die werden Nash gehen. Die werden Nash gehen, die werden Nash gehen. Ich bin halt auch low. Die haben ihn gestartet. Die haben ihn gestartet. Die haben ihn gestartet. Ich hab jetzt 20 TP. Ich hab' catch. Ich hab' 1000 auf Nash. In 12 Sekunden auf TP. Ich muss da rein, ich wär' so zock gewesen. Also, so hab' ich noch ein bisschen Damage rausgekriegt. Ich bin in 7 Sekunden ab, ich hab' TP. TP hier, das ist der Trapp. Noch Öl, ne? Boah. 7k. Ich flare. 2 Sekunden Hook. Der ist immer noch 5k. Die müssen raus. ich kennst du dich kennst du kannst du das auf einmal nicht ja ja du kannst du durch die wahl geht es auch nach oben weg jetzt erst die wird gleich aber ich gucke ob wir können so weitermachen wenn wir gleich kriegen wir dürfen aber noch keine holz haben aus hier raus ich muss nur noch zwei sekunden auch so wahrscheinlich das ist gut ist gut kein flash mehr jetzt rein jetzt einfach die ersten tage ich hab mir nicht falten dürfen das sah echt nicht so unattraktiv was ich kann ich kann aber ich werde ja ich hätte wollten können 2000 kann ich so viel machen glaube ich mit dem ist auch ziemlich gut im game vielleicht für den catch gehen wenn mich einer beantworten will so eine pinkwurz müssen wir echt nicht so viel angst haben wenn ich das war fang ich an die richtig weg zu schreden die sind ja noch ziemlich ziemlich kann ich halt bügel empfehlen soll ich gerade ich habe die komplette sind geblockt ja also ich glaube ich habe mich jetzt und schon so ich brauche auf jeden fall ein bisschen mehr später aber ich werde erst mal für der mitschehen also ja wenn ich also ohne sammeln dass wir in die tiefheit schon recht schwierig für mich ja stimmt schon aber also ahnd ist so 350 ab ich bin noch nicht in position überhaupt nicht ich muss noch eine wave nehmen keine ahnung sind reiß ok ich muss mich bezahlen zweimal ich kriegte nicht einmal und sie einmal kritis auf jeden Fall ab wir geben ihn ab sind aber alle hier gerade die sind alle hier sind alle hier ja alle fünf die wollen weiter gehen wir können den auch geben wir können den auch geben wir können den auch geben wir trainen wir können trainen das wäre zwei nütz für einen ja ich will nicht sterben trainen geht hier super hin what the fuck hast du was die wollen falten halt ich hab sogar überlegt ich muss wegen diesen drauf passen die so ich habe mir gehört was okay oder muss los was und das bin gestorben entgehen aber ich glaube ich dass sie es können wie habe ich da genau gestorben der versucht mich hier zu kennenzulernen ich glaube nicht dass die das finishen können oder die komplett gewünscht jedoch können die ja ja ich komme ich komme ich komme ich jetzt machen alter kam er tv HuNTR 20 Sekunden Wenn ich in deraletste Stand hätte ich's gemacht Ich renne, ich renne Haben die noch einen DP ? Ich hab nix, aber ich bin da Achso dieémie Epic Bleibt da hinten, ihr müsst nicht mehr mehr kommen Ihr müsst nicht mehr mehr kommen Sicher? Нет Kann das nicht enden Ich glaube du hast die Minions versucht zu tanken bestimmt. Ne Poppy lebt. Aber ich krieg den Turret. Rein, 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 rein. Wir können nicht. Ach fuck wir in Infernal gehen sollen. Warum bangen wir? Können wir noch. Ahhhh. Scheiße ich dachte du hast da Minions. Scheiße ist jemand da. Ok weil ich mach die jetzt. Also die Poppy hat halt null Chancen gegen mich. Ich hatte halt gar keine Sunless. Ich musste so vorsichtig spielen. Die Syndra macht nichts im Teamfight außer nach einem Stunner auf mir suchen. Ich glaube in so einer Szene muss ich ja verdammt nicht spielen. Da ist Anarki ein bisschen hemmen gegangen. Und dann könntest du nicht so gut treffen wie ich es gerne gehabt hätte. Jo ich dachte aber ich überlebt das da. Ja gut ich auch. Ihr habt da alles reingebuttert. Was es so im Angebot gibt. Ja ich hab jetzt auch wieder Suns. Hätte ich in dem Fall grad Suns gehabt wäre er nicht mal close gewesen ne. Ja gut da haben wir natürlich jetzt so ein kleines Problem hinten ne. Ach. Warum. Na ja ist nur Poppy. Und dann kennsch halt Ult. So aufpassen. Hier auch noch so ne irgendwie version oder sowas. Können halt jetzt bottom kommen. Kann halt sein dass die einfach für den Wasch gehen wenn die nicht Bot sehen. Ja das ist ja gleich TP ne. Ja das ist ja gleich TP. Ja äh gleich TP. Ja das ist ja gleich TP. Ja äh gleich TP. Ja ohne Q. Oh ohne Q. Oh ohne Q. Ja. Schon schön. Dann kommt unser Innern wieder. Wir haben noch gleiches Gold. Warte erst. Ja die wollen einfach bitte durch. Warte. Kann hier jemand warden. Ich geh mal lieber base. Ja du musst base'n. Kevin. Kannst du mir wenn wir hier so stehen kannst du mir mal ein Shield geben Johnny. Damit ich mal für den Firecant Prop gehen kann. Wenn die Caitlyn mal jetzt vorne steht gegen die Syndra ist das zu risky. Aber wenn die Caitlyn so aggro geht wie eben dann kann ich da einfach mal nicht traden. Wenn ich Luck habe verliert sie einfach halbes Leben für nichts ja. Kann man ja. Können wir hier gucken? Guck mal hier 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 hier. Ja. Okay. Unluckiest du heute weg. Okay. Nicht zu lieb nicht zu lieb nicht zu lieb nicht zu lieb. Die gehen auf mich. Alles gut alles gut alles gut alles gut alles gut. Ich möchte noch nicht zu lieb bekommen. Pass auf pass auf. Oh shit alter. Du musst aufpassen alter. wir müssen jetzt gucken, wir müssen nochmals resetten die wollen für den end gehen jetzt die brauch halt leben die poppy? guckt kein play für den sick die caitlin, die caitlin hinten nice game oh nice alter pinter, gib mir den pinter leck mich am arsch, oder? die geht so tief für mich nice nice, man ah, supporter zu sein ist einfach ne scheiß, oder? nö, ich fand's geil alles klar, jolly bin ich ehrlich, gut schafft wenn er da siehst, wie er so oder hin und her zuckt und ich denk mir, mein Junge tu es heieiei ah, alter die wussten dann auch nicht, was sie machen sollen jo ich glaube, in dem einen Fall hätte Sola einfach die poppy holten sollen und die canceln hätte, glaube ich, beenden können ja, ja, ja wo ich meinte, rocket, rocket ja, weißt du, es sind halt alle low so wenn du versuchen kannst, du callen dann so rocket und ich kann enden oder so weißt du, es war einfach nur so von wegen hat sich so angehört, wie wär's mit einer Rakete weißt du, es hat sich jetzt nicht so angehört, als ob das Game entscheidend ist ja, good job jetzt natürlich, danke cool